sehr schön mein neues schwert okay hi schön dass du eingeschaltet hast kann ich noch mal mit dem reden ja muss mir das merken treuer wolf du bist verletzt ich habe etwas das helfen könnte es ist eine besondere kürbisflasche mit heilwasser heile damit deine wunden nun dann warst du danach schwer verletzt danach wonach denn erinnerst du dich nicht an jene nacht nein nein wir reden später darüber jetzt müssen wir erst einmal aus der aschina burg fliehen wie ihr wünscht unter der brücke über dem burggraben gibt es einen geheimgang der aus der burg führt ich schien sammer hat mir davon erzählt finde diesen geheimgang für mich wenn du ihn gefunden hast dann pfeif auf einem schilfrohr wie du es früher einmal gemacht hast ich komme sobald ich das pfeifen höre ok cool schnell objekt durchblättern und objekt benutzen ist ja erstmal sollte es natürlich auch rein machen im ausrüstungsmenü kannst du deine aktuelle ausrüstung schnelle objekte wechseln muss ich hier rein machen zum beispiel hier das und das ist was ist das an der handfläche großer oder im besitz des wolfes seit sein vater aber was ist das was bringt das heimkehrfigur ok es ist vielleicht um zurückzureisen oder sowas was denkt ihr so über das neue sommer spielen vergessen ghost of tsutsuma ja das wird bestimmt auch ganz cool aber das hier ist genauso cool dieses sekiro ist ein geiles game ich will mal gucken was hier oben findet der läuft so schnell controller hier ist noch was wusste ich doch das ist echt scheiße dass das dauernd mir x anzeigt ich dann automatisch x und sich das nicht irgendwie um ändern kann dass es wirklich x ist warte mal das kann ich doch den optionen glaube ich ok die objekte wie du bis jetzt kannst du dir im inventar anzeigen ich habe auch hier irgendwelche kügelchen medizin kügelchen so jetzt muss noch mal gucken springen warte mal wie macht man das aber spieloptionen tasten belegung machen wir tasten belegung und zwar will ich springen geht es das macht er auf ja das ist egal es ist halt es ist halt playstation controller kann sein dass ich mich vielleicht öfters verdrückt gehör weiß ist halt so was soll ich mal egal wenn x dran steht dass ich intuitiv dann x drücke steam kriegt es irgendwie nicht hin man kann zwar den playstation controller aktivieren aber die teile zum drücken sind noch immer die von xbox was ein bisschen ärgerlich ist aber egal ich werde mich schon dran gewöhnen ok der sieht mich angriff ok angriff durchbräuern todeschlag ok ok ich will aber nicht gesehen werden nein 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 hat er mich jetzt gesehen das hat geklappt der andere hat mich gesehen das war cool die habe ich kurz alle gemacht also ich sollte er von meinem kürbissaft trinken der jetzt wieder leer ist wie fülle ich den aber wieder auf das ist halt auch wieder das stimmt dann irgendwelchen statuen oder so so front front software mäßig zocki eine option für dich ja ghost of titsuma ja das werde ich auf jeden fall auch wahrscheinlich live stream zocken wie auch immer ich habe sie nicht mal gesehen okay parieren manchmal reichen eingreife zum durchbrechen ich muss parieren aber wie ja genau so neu ist es aber nichts mehr drin kann mich nicht mehr heilen or ich merke schon wieder dass es so ein dark souls spiel ist es wieder schon richtig schön schwer wenn du ja das weiß ich das weiß ich hier ist keiner oder hier ist keiner ich kann es kaputt machen dann kann ich darüber springen aber wenn ich wenn ich nicht richtig springen dann bin ich tot aber dann könnte ich einen überraschungsangriff von oben machen bestimmt aber ich muss das versuchen erwarte guck mal ob hier oben noch einer ist ja da ist einer komm schon ach so schön leise schön leise sackerisch ey warum hat das jetzt nicht geklappt oh oh come on baby man muss im richtigen augenblick blocken dann macht man hier so ein move naja da bin ich ja her gekommen ah guck mal da hinten liegt auch noch was es lohnt sich überall sich umzuschauen wie immer komme ich eigentlich in das haus rein da ist bestimmt auch einer ich guck mal dass ich ob ich von unten angreifen kann naja im haus ist keiner mehr das haus kann ich auch nicht öffnen wie schade nö hitman zwei habe ich noch nicht durch gar nicht angefangen muss ich auch mal ich weiß schande über mich hier macht man angriff von oben das würde ich auch gern wissen geht das zwar schon ist dann hängen lassen krass Oh, krass. Oh, krass. Ach du Scheiße. Okay. Der Nächste, bitte. Nein! 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 Der erste Tod. Der Death-Counter ist eingeschaltet. Scheiße, der erste Tod. Und jetzt? Jetzt bin ich richtig tot, oder? Unter der Brücke über den Burggraben gibt es einen Geheimgang, der uns aus der Burg führt. Finde den Geheimgang unter der Burggrabenbrücke, der aus der Aschiner Burg führt. Wenn du dort bist, gib das Signal. Ich komme, wenn ich dich pfeifen höre. Alles klar. Aber irgendwie kriegt man gar nichts. Aber ich glaube, das ist noch das Anfangsgebiet deswegen. Nein. Muss mal checken, wie ich jetzt hier diese heimliche Angriffe mache. Muss ich da warten? Ich muss warten, bis die rot werden. Au! Alter! Alter! Da haut immer gleich rein. Ich muss die Deckung durchbrechen. Nein! Voll in den Reihen gerannt. Die Gegner sind alle wieder da. Oha! Oha! Nice! Lass nicht runterfallen. Das darf ich gleich alle nochmal machen. Gehe ich hier entlang. Kann die auch umschleichen. Also ich muss gar nicht gegen die kämpfen. Äh! Wie dumm! Hä? An der Wand. Kann mich sogar an der Wand entlang schleichen. Oh nice! Ah, hier ist auch einer. Es sind zwei sogar. Nein! Die haben nicht gesehen. Ich habe noch geblockt. Oh Gott. Ja, ja, ja. Das weiß ich doch. Oh nein! 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 Okay, zwei. Fängt gut an. Fängt gut an. Ja, fängt gut an. Fängt gut an. Aber ich bin es ja gewohnt von solchen Spielen. Nicht runterfallen. Kann man die auch irgendwie locken oder so? Das wäre auch voll geil. Versuche die jetzt beide leise auszuschalten. Geht gut los. Ja, ja. Das ist bei den Spielen normal. Das ist ja Dark Souls. Das war jetzt aber nicht leise. Das war auch nicht leise. Das war auch nicht leise. Komm. Ha! Zack! Ich blick noch nicht so ganz, wie ich jetzt hier so einen leisen Kill mache. Das ist mir noch nicht so ganz so klar. So nicht. Das muss mir öfters gelingen. Also es ist möglich. Das ist möglich. Aber ich muss erst blicken, wie es richtig geht. Was ist das? Was los? Was war bei dem jetzt hier? Wenn es rot ist oder ist... Wie nah muss ich denn ran? komisch egal 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 ja das ist noch die aufwärmphase ja das denke ich aber ich denke auch ich muss mich jetzt erst mal hier aufwärmen das kampfsystem ein bisschen erlernen und dann geht es richtig ja okay kommt du als erstes der zweite kann ich so ausweichen naja dann hat mich wieder erwischt okay kommen probiert jetzt alter schon nicht leicht